Atschali Asana. Die Stellung des Weißen Atschali ist eine Sitzhaltung für die Meditation, eine kleine Variante von anderen Sitzhaltungen, letztlich vom Lotus, Padmasana. Svenja, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Im Sitzen gib einen Fuß auf ein Knie und den anderen Fuß auf das andere Knie. Also anders als im normalen Lotus, wo du die Füße möglichst nah zur Hüftbeuge gibst, gibst du die Füße auf die Knie. Dann gib die Unterarme vor den Bauch, letztlich fasse mit jeder Hand an den gegenüberliegenden Ellbogen und halte so die Unterarme vor Bauch oder Brust. Schließe die Augen und konzentriere dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Atschali Asana kultiviert die Flexibilität in den Hüften und auch etwas in den Knien. Sie hilft dem Geist zur Ruhe zu bringen. Atschali Asana benannt nach einem der großen Siddhas, der großen Vollkommenen. Es wird gesprochen von 84 Hauptasanas und es gibt verschiedene Traditionen, was die 84 Hauptasanas sind. In einer Tradition sind sie benannt nach 84 Siddhas, nach 84 Natas oder auch Nat-Siddhas genannt. Viele davon sind Sitzhaltungen. Und gerade für jemanden, der länger, schon seit vielen Jahren meditiert, kann es schön sein, auch mal andere Sitzhaltungen auszuprobieren und herauszufinden, wie die verschiedenen Körperhaltungen auf dem Gemütszustand wirken. Mehr Informationen über alle Sitzhaltungen auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App. Mehr Informationen auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya.de und in der Yoga-Vidya.de und in der Yoga-Vidya-App.